Boah, schnitt's, hau zu klein. Boah, danke! Ja, genau! Danke schön! Mein Gott, ey, was... Also ohne mich würdet ihr's nie im Leben schaffen. Ich mach's schon, ich mach's schon. Knall ich die anderen ab. Ich bleib jetzt unten, ich versteck dich. Ja, nee, was hat der Rob hier? Ich spiel mal die Scheiße hier. Ich kann von unten ungeblütigt werden. Ach, hör auf! Ich bin noch nicht da umgegangen, ich darf klatschen. Ich spiel... Scheiße! Ich bin noch nicht da umgegangen, ich darf noch klatschen. Hallo, was ist jetzt das, wenn, äh... Hallo, Javi! Die 50.000 zähl ich halt so viel auf. 50.000? Du kannst einfach nur nicht spielen. Ich mach's. Ich mach's. Signore, droni prontial! Vai partire, droni! Facciamola finita! Ich mach's. Ich mach's. Ich mach's. Ich mach's. Ich mach's sogar an Uschanka an. Nicht schlecht. Uschanka ist cool. Und ständig. 4 Vorsicht, gell. Oh, eine schon. Noch eine von Konto. Toll. Oh, je, je, je. Oh, noch einer. Wer hat die? Ich hab's, sehr schön. Okay. Wo scheitest du noch vor? Ähm. Man sieht den Pulsack 3. Jetzt hinter mir steht einer. Ich lenke die Schüsse auf mich. Boah, ich glaub, der Dagi stirbt jetzt. Ach, jetzt, ähm. Der Dagi stirbt jetzt. Alter, sie ist schon tot. Und jetzt bist du. Wissen Sie. Wissen Sie. Ich hab's geheimnis in dieser Polizei. Wissen Sie! Wissen Sie! Wissen Sie, ja. Okay. Unschüttet diese. Wissen Sie. Wissen Sie, wissen Sie. Wissen Sie, und wie läuft's, wenn ich nicht in dieser Stimme stehen werde. ok, auf gehts ja, halbes Leben ist weg aber danach blute ich mir dann ab Hilfe, dann müsste ich gleich reisen das hatten wir sind schon die nächsten Gegner da in der Hände ne ne und? tja, ich werde sie wieder abgesniped von hinten oh, nur zwei Stück ah, oben die ganze Nerven auch hm ein Pumptyp auch aua, der Sniper hat mich warte, warte verdammt ich hab der Pumptyp geschockt und dann hat der Sniper von der Seite runter geschockt ja so na los oh Kapitano, wir sind in Position es war auch jetzt los, los, los los warte boom 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 ja das war alles möglich ich will mal einen Perk wieder haben, Mann den mit dem Leben, den fand ich voll fett welchen Leben? der Tiger der Tiger das finde ich voll gut ich habe eine voll Füße verschossen ja, da kann es meine haben ja, genau ja, genau ja, weisch hehehehe und ich blut mir halt immer noch einen abkehr wow 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 boom boom auf ach tsch 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 hey wieso 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 manchmal trifft das Ding da unten ein ja, ne ach, doch nicht neiiiin das ist immer das Allerschlimmste, wenn man da umgeht das ist glatschen mhm h h hell oh Mist oh oh das war voll gemeint ich schau mal durchs Visier, da sehe ich das nicht ja, die schlöste ja manchmal schon, aber ne Roger, ich muss das aufhören. Roger, speriamo che basti. Tchee? Ja, genau. da sind noch zwei beziehungsweise muss aber du hast jetzt Zeit ich glaube, dass der Riss-Boss ja nicht mit drüben aufgehend ist so, ja, hab's elektrisierende Angelegenheit ich bin doch damit beschäftigt schon das dauert zu lang das dauert zu lang das dauert zu lang das dauert zu lang oh nein ja, ist richtig ja, ist richtig usch boah mich hat's gleich mit zerfällt wir's überlebt wir's überlebt dieser Sacknege Null, du wurdest doch gar nicht getroffen, oder? Nein, ich war dem Wiener. Vorsicht, Schattis. Ne, meine ich ja, er wurde nicht getroffen. Der Wiener wurde getroffen. Echt? Äh? Boah, böse, Alter. Wir brauchen den Buff nicht. Ja, da will ich heilen, deswegen. Mhm. Oh, die leben. Der Helden passt, mein Freund, nicht so klein, aber... Mit einem Strich plus Barst macht auch nicht viel aus. Nein, Mann. Aber ja, wir haben die Altenwanderhöhle. Alter, mein Popcorn ist ausgepackt, mein Red Bull steht bereit. Alter, ich kann nicht mehr still sitzen. Ich hab so böse Hummeln im Arsch, das ist der Wahnsinn. Und sag jetzt nicht, deine Mama haut Hummeln im Arsch, ohne Scheiß. Ey, das ist doch Dünnschiss, Alter. Oh, Mama. Im wahrsten Sinne, Alter. Wenn man Hummeln im Arsch hat, hat man dann Dünnschiss oder nicht? Das ist jetzt die Frage daran. Du hast doch Hummeln am Arsch? Ne, im Arsch. Du hast doch Schnapp... Schnappschildkröten schon. Also, du musst einfach nur schaffen, dass du einen von uns bekommst. Ja, Mann. Irgendein Volltrottel. Ja, Mann. Aber nicht den Gegner, das sind vier Stück... Wie wir alle drei da rumgelassen. Aber im Endeffekt bist du wieder dran schuld. Zero Black. Immer das Gleiche. Warum? Ich bin... Ich hab dich schon mal schlimmer gefühlt. Boah, ich geh mir nicht mit dem Sack. Deine Mama geht mir nicht auf den Sack, Mann. Vorsicht. Vorsicht. Boah. Boah. Ihr seid doch eine Lutschers, ey. Mein Gott, ey. Was kannst du eigentlich? Du kannst uns nicht mal heilen. Das ist die einfachste Aufgabe der Welt. Oh, ja, Mann. Mega, was... Was... Was tratst du denn da? Ja, ich bin echt enttäuscht. Ja, wo ist denn auch im Boden? Wo ist denn ich... Ah, da wie viel Snack, was sind denn da noch da oben? Oh, die stürmen dich. Die stürmen dich. Oh, 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 oh Also bist du in die falsche Richtung, bist voll in die Gegner reingelaufen. Ach, fick dich doch. Also, wenn du das Spielmeistern bist, dann musst du schon ein bisschen mehr Gas geben, weil... So, gewinnt man keinen Blutdruck, danke, gell? Ja, keinen Blutdruck. Mama, Alter. Da verlässt man sich einmal auf Sido Chandel, ne? Ist immer, immer so leicht. Soll wir jetzt hier oben stehen? Gut. Du musst sie nur ablenken. Wir haben mich vorhin echt überrascht, Alter. Ja. Ich hab's gesehen. Da formen wir... Der Musterfrau und ich, ihr habt ihr gesehen, da formen wir... Ja, so wie ich. ... komplett alles. Ich hab's gut geblättert. Und ich hab's gesehen. Oh, schon. Oh, schau dir Alter. Ah, hier lag doch echt kacke, Mann. Komm, schau dir runter. der ist geschehen jetzt wird agressiv das so nicht